Hallo, mit diesem Video starten wir eine neue Videoreihe zu Fakten, Mythen und Legenden rund um Netzteile. Eigentlich schon längst überfällig, denn seit Jahrzehnten halten sich einige Falschaussagen zu Netzteilen sehr hartnäckig. Nicht nur in Foren, Facebook-Gruppen, sondern auch auf YouTube werden diese Falschinformationen breit gestreut und verbreitet. So hört man oft die Aussage, dass man die angegebene Leistung, zum Beispiel 500 Watt, dem Wirkungsgrad des Netzteils abziehen muss. Kurz gesagt, das ist einfach falsch. Ein Markennetzteil kann die aufgedruckte Leistung problemlos erbringen und sogar darüber hinaus. Wir sprechen nicht hier von irgendwelchen China-Böllern, die stark überlabelt sind, sondern wirklich von Markennetzteilen. Schauen wir uns ein Beispiel dafür an. Ich habe jetzt ein 500 Watt Netzteil genommen, das eigentlich zufällig für ein anderes Video schon an der Teststation lag und eigentlich schon alles vorbereitet war. Und das Netzteil ist nichts besonderes. Es ist ein 40 Euro, 80 plus Bronze Netzteil, zählt eher zu der unteren Qualitätsstufe, also zum Budgetbereich und siedelt sogar noch etwas unter einem Bequiet System System. So das Netzteil läuft und unten links seht ihr die Leistung, die das Netzteil liefert. Deshalb steht da auch darunter P-Out, also Leistung Abgabe. In der oberen Reihe Mitte unter P-In, also da steht, was das Netzteil aus der Stecksoße zieht. So wenn wir jetzt die 500,4 Watt durch die 595,9 Watt teilen, erhalten wir 0,8397, so Pi mal Daumen, also ungefähr 84 Prozent. Und Überraschung, genau das zeigt uns auch das Messgerät an. Woher kommt jetzt eigentlich diese falsche Aussage zu der Leistung von Netzteilen, die sich wirklich sehr hartnäckig hält. Und ich habe mindestens seit 15 Jahren, wenn nicht länger, stolpere ich immer wieder darüber. Und komme mir auch vor wie Don Quixote, der gegen Windmühlen kämpft. Die Ursache des Missverständnisses ist, dass viele Geräte, die umgangssprachlich als Verbraucher bezeichnet werden, also Kühlschränke, Waschmaschinen, oder Elektroherd, Glühbirnen, LED-Lampen und so weiter. Auf diesen Geräten findet man eine Angabe in Watt. Auch Nennleistung genannt. Und genau bei diesen Geräten bezieht sich aber auch die Angabe auch auf die Leistungsaufnahme. Also was diese Geräte aus der Steckdose ziehen, wortwörtlich. Und da ist es auch sinnvoll, ihr wollt ja auch wissen, wenn ihr diese Geräte nutzt, was für Kosten das am Ende für euch verursacht. Wenn man nun so eine alte Glühbirne oder ein aktuelles LED-Leuchtmittel an so ein Messgerät anschließt, dann steht da ungefähr auch der entsprechende Wert. Plus minus eine gewisse Abweichung natürlich, weil das nicht so ganz genau ist und bei der Fertigung auch nicht so darauf geachtet wird, ob da jetzt 40,5 Watt oder 39,8 Watt ist jetzt egal. Ungefähr 40 Watt oder 7 Watt oder 6 Watt hängt davon ab, was ihr da anschließt. Jetzt kommt aber das große, aber bei Generatoren, Transformatoren und auch Netzsteilen wird bei diesem Wert die Leistungsabgabe angegeben. Was auch überraschendweise irgendwie sinnvoll ist, denn wenn ihr sowas kauft, wollt ihr am Ende wissen, was es liefert. Ja, womit ihr rechnen könnt, wenn ihr es betreibt. Und sekundär wollt ihr auch dann wissen, wie viel es braucht. Also ob ihr da viel Liter Benzin im Generator reinschütten müsst, um da die 500 Watt oder 2000 Watt Leistung zu bekommen. Und genau Netzteile zählen auch zu diesen Generatoren. Also nochmal auf einen 500 Watt Netzteil, wenn da 500 Watt stehen, dann kann dieses Netzteil auch 500 Watt liefern. Davon wird nichts abgezogen. Das ist so. Fertig. Wichtig ist vielleicht noch zu erwähnen, dass die Leistungsabgabe bei billigen Netzteilen manchmal noch zu unterscheiden wird. Und zwar zwischen Peakleistung und Dauerleistung. Die Peakleistungsangabe ist die Angabe, die Netzteile dann kurzfristig erbringen können, bevor sie explodieren oder ausschalten. Und fragt da auch mich nicht, was die Hersteller unter kurzfristig dann verstehen. Also solange ich jetzt weiß, auf Anhieb fällt mir da keine Definition ein. Ich glaube, da kocht jeder sein eigenes Süppchen. Ob das jetzt fünf Stunden oder 50 Stunden sind und danach sind die hinüber, keine Ahnung. Es ist im Endeffekt eine Überlastung des Netzteils. Und deshalb sollte man diesen Peakangaben auch nicht wirklich Beachtung schenken. Außerdem findet man diese Peakangaben sowieso nur bei sehr günstigen Modellen. Hochwertige Netzteile werben mit solchen Peakwerten überhaupt nicht. Wobei ich es jetzt positiv den Herstellern anrechnen muss, dass sie wenigstens transparent genug sind, das anzugeben, dass das Peakwert ist und die Dauerleistung darunter liegt. Es gibt auch bestimmte Hersteller, die die Peakleistung als Dauerleistung ausgeben. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. So, wenn wir jetzt bei dem Thema Dauerleistung sind, da kann ich auch einen anderen Punkt abhaken. Und zwar vollständigkeitshalber, wenn wir schon das Thema besprechen, dann sollte ich das vielleicht auch mal erwähnen. Es muss noch unterschieden werden zwischen Consumer und Servergeräten. Der Unterschied ist aber nicht die Leistungsangabe. Also in beiden Fällen, wenn da 500 Watt steht, dann liefert das Netzteil 500 Watt. Aber es geht um die Lebensdauerberechnung. Und die ist eine andere. Bei Netzteilen, die in Servern eingesetzt werden, diese sind dafür von vornherein gedacht, dass sie 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche laufen. Also die ganze Zeit. Und das ist bei Consumer oder bei den einfachen Geräten, die ihr im Laden kauft, nicht der Fall. Besonders günstige Geräte sind einfach für diesen 24-7 Betrieb nicht gedacht und werden diese nicht lange überleben. Das kann man nicht sagen. Das hängt von Gerät zu Gerät ab. Und ob die dann jetzt drei Jahre laufen oder fünf, das kann niemand sagen, außer die wer gerade Bitcoin macht oder irgendeinen Server betreibt. So, damit wäre jetzt der Minitus erledigt. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt oder noch eine andere Aussage kennt, die wir vielleicht so in diesem Video behandeln können, immer schön in die Kommentare. Und falls ihr dann diese Aussage irgendwo sieht, dann habt ihr jetzt auch ein Video, womit ihr das widerlegen könnt. Für alle, die jetzt noch dran sind, wenn ihr das jetzt so nachrechnen wollt, was ich da jetzt gesagt habe, wie das jetzt genau stimmt, wie die 500 Watt Last sich da zusammengesetzt haben. Ihr findet die Lasten der jeweiligen Leitungen und die zwiegerigen Spannungen im Anschlussvideo. Also ich werde das jetzt hier gleich laufen lassen. So mit einer kleinen Erklärung. Könnt ihr da gerne nachrechnen. Bedenkt aber, dass die kleine Schwankungen durchaus da sind. Da sieht man ja auch, dass das ein bisschen schwankt. Viel Spaß beim Nachrechnen und bis zum nächsten nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.